In diesem Video wollen wir uns einmal die Situation um Microsoft und Xbox Studios anschauen. Aber zuerst stellt euch einfach mal vor, ihr seid gerade auf der Arbeit und bekommt folgende Message, damit ihr so ein bisschen in dieses Thema hineingeführt werdet. Also Hans, Marie, wirklich euer Produkt, es ist so toll, wirklich einzigartiges, innovatives Design, Kreativität spießt daraus. Wir werden damit guten Profit machen, das ist wirklich eine erstklassige Leistung. Dafür würde ich euch gratulieren und keine Sorge, wir werden euren kreativen Geist immer aufrechterhalten, aber ihr seid gefeuert. Und jetzt denkt mal darüber nach, wie ihr euch fühlen würdet und was ihr denken würdet, wenn ihr so auf der Arbeit behandelt werden würdet. Und das führt eigentlich ganz gut ins Thema ein, denn Xbox Studios und damit eben auch Microsoft haben einige Firmen wieder geschlossen, also Spieleentwicklerfirmen, die sie eigentlich erst vor kurzer Zeit über Bethesda gekauft haben. Also schauen wir uns die Situation nochmal an und wie immer gebe ich auch meinen eigenen Senf dazu und bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Lasst ein Like da, ein Abo da und vor allen Dingen, wie gesagt, eure Meinungen zu der ganzen Geschichte. Wie hier die Gamester berichten kann, sieht man, dass Microsoft vier Studios gleich schließen lässt. Und zwar sind das einmal Arcane Studios, Tango Gameworks, AlphaDog Games und Roundhouse Studios. Der typische Trend der geschlossenen Studios setzt sich also leider auch weiterhin fort, was schon ein, ja, fast schon besorgungserregender Zustand ist. Aber dazu gehen wir später nochmal unsere Meinung ab. Ja, was heißt das eigentlich? Zwei von diesen Firmen sind auf jeden Fall bekannt. Redfall kennt man vielleicht, ja, wegen seines gigantischen Shitstorms und da ist eben Arcane Austin dran beteiligt gewesen. Wichtig ist, warum das so schlimm ist, dass Arcane Austin noch vor einem Jahr zugesichtet bekommen hat, dass sie wegen Redfall nicht gestrichen werden, dass Microsoft auf jeden Fall hinter ihnen steht und dass jetzt genau das eben eingetreten ist, was sie ja eigentlich ja vermeiden wollten. Das kann man beispielhaft an diesem Artikel sehen von der GamePro, wo sich Phil Spencer zu dem Ganzen äußert und selber sagt, er wäre von sich enttäuscht und sagt, dass sie halt Fehler begangen haben. Arcane Studios hat ja auch die Dishonored-Reihe gemacht, die auch recht großer Beliebtheit sich erfreut hat und man war halt der Hoffnung, dass Redfall das nächste große AAA-Exklusivspiel werden würde. Und er sagt halt selber, dass auf jeden Fall daran gearbeitet werden müsste und er sagt halt ganz wichtig, ich bin enttäuscht von mir selbst, ich trage die volle Verantwortung, nicht das Studio. Er sagt nachher auch weiterhin, dass die kreative Freiheit nicht eingeschränkt werden soll, sondern weiter erhalten bleiben soll. Das heißt, aus dem Fiasko nimmt er heraus, dass sie mehr Qualitätskontrollen einführen sollten, aber das soll nicht heißen, dass Ikeen Austin, also das Studio, seine kreative Freiheit verlieren soll. Spencer wäre selber wohl ein großer Fan dieser ganzen Spiele, die sie entwickelt haben und deswegen will er wohl klar sagen, dass Redfall seine Ziele nicht erreicht hat, aber er eben hinter diesem Spiel steht. Bei Tango Gameworks ist das Ganze nochmal um einiges spezieller, denn HiFi Rush zum Beispiel ist auf Steam relativ gut bewertet und wurde auch von der Firma oder von dem Management von Xbox Studios auch nochmal hochgelobt, dass es ein unerwarteter Erfolg war und trotzdem ein Jahr später circa machen die einfach den Stecker aus bei denen und das ist genau das, worauf ich mit diesem Einspieler raus will. Es ist halt wirklich so, als wenn dir jemand sagt, du machst eine gute Arbeit, aber jetzt bist du einfach gefeuert. Den Punkt zu HiFi Rush können wir auch zum Beispiel hier in diesem GameStar-Artikel sehen, denn es haggelt eben Kritik von Spielern und der ganzen Branche, was schon mal gut ist, dass auch die ganze Branche dahinter steht und hier steht eben nochmal, dass ein paar Tweets von diesem Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg wohl nochmal extra groß, pompös verlauten haben lassen, dass HiFi Rush ein unglaublicher Überraschungshit war und die Erwartung übertroffen habe. Man könnte nicht glücklicher mit der Leistung des Teams von Tango Gameworks sein. Das sehen wir hier ganz klar nochmal. Ein Jahr später, ja, wird halt dieses Studio dann geschlossen. Das ist schon ein ziemlich, ja, richtig fieser Schlag ans Gesicht für die Entwickler. Um die ganze Situation nochmal zu verdeutlichen, will ich unbedingt dieses Statement vom Creative Director von Arcane Lyon, die ja nicht geschlossen worden sind, ja, einmal vorlesen, denn der ist wirklich so perfekt und fasst sehr gut diese ganze Situation und auch die Bedenken, die andere Firmen da haben können, zusammen. Das ist absolut schrecklich. An alle Führungskräfte, die dies lesen, eine freundliche Erinnerung daran, dass Videospiele eine Unterhaltungs- und Kulturindustrie sind und dass es eure Aufgabe als Unternehmen ist, sich um eure Künstler und Unterhalter zu kümmern und ihnen zu helfen, einen Mehrwert zu schaffen. Macht uns nicht zum Spielball des Goldrausches. Benutzt uns nicht als Strommänner für Fehlkalkulationen. Ihr sagt, wir machen euch stolz, wenn wir ein gutes Spiel abliefern. Dann macht uns bitte stolz, wenn die Zeiten hart sind. Wir wissen, dass ihr das könnt. Wir haben es schon gesehen. Im Moment gehen wieder einmal große Teams vor unseren Augen unter und das ist ein verdammter Schlag ins Gesicht. Und ich will mich jetzt nicht in Rage lesen oder reden, deswegen werde ich diesen Teil hier, Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen, nicht vorlesen. Denn solche Aussagen, die so Corporate-like sind, machen mich einfach nur aggressiv. Es geht im Kern einfach darum, dass sie ja neue Schwerpunkte hätten und neue Priorisierungen von Ressourcen. Ja, wie der Titel halt schon sagt, was bedeutet das eigentlich? Interessiert keinen. Es ist halt einfach, ja, wir haben ja ein Statement, deswegen schließen wir vier Studios. Kommt damit klar oder mir auch egal. Es ist halt, okay, ich reg mich ja doch wieder auf. Nicht mal gesagt wurde, wie viele Leute überhaupt einen Job verloren haben. Und die einzelnen Studios haben wohl auch noch irgendwie so eine Mail bekommen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Das reg ich mich wirklich nur auf. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, nochmal, wir müssen das ja differenzieren zwischen Redfall und Arcane Studios und Tango. So, das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, für beide Studios oder alle vier Studios, ich werde jetzt vor allem die beiden nehmen, sonst spricht das den Rahmen. Aber für alle vier Studios ist das ein unglaublicher Schlag ins Gesicht. Und die kommen halt mit so einem absoluten Corporate-Bullshit da an. Oh, schon jetzt habe ich es da doch gesagt. Und das kriegen dann auch eine Mail dann geschickt. Und das war alles. Das ist unfassbar. Schauen wir uns erstmal diesen, in meinen Augen, Verrat schon fast bei Tango Gameworks an. Und ich glaube, das kann man noch ein bisschen besser nachvollziehen. Und auch einfach, da gibt es keine Diskussionsgrundlage, dass man da sagen kann, ja, das ist verständlich. Dieses Studio hat halt mit HiFi Rush einen ganz klaren Hit abgeliefert und hatte davor auch die Spiele Evil Within und The Evil Within 2, jetzt muss man noch Englisch sprechen können, auch noch geliefert. Das heißt, wirklich starke Spiele, die gutes Publikum hatten und die ganz klar auch eigentlich durch Microsoft, muss man ja auch ehrlich sagen, hervorgekommen sind. So was wie HiFi Rush ist halt vor allen Dingen durch den Game Pass halt in die Öffentlichkeit gekommen und wurde dann super aufgenommen und auch gut bewertet. Und wenn man dann noch ein Statement sagt, ihr habt da super Arbeit geleistet und dann kommt halt so eine Nachricht ganz aus dem heiteren Himmel, weil Microsoft selber sich irgendwo verkalkuliert hat. Ihr müsst ja dann denken, Microsoft hat ja nicht nur Bethesda gekauft, Microsoft hat ja auch noch Activision Blizzard gekauft. Und das heißt natürlich, irgendwo scheinen sich ja dazu verkalkuliert zu haben und das baden sie, und das haben wir auch im Statement von dem Creative Director gesehen, ganz klar auf diesen Studios aus. Aber was soll denn ein Studio jetzt noch tun? Darum geht es mir nämlich jetzt bei Tango. Was soll ein Studio noch tun, damit es sicher ist, dass es nicht nächstes Jahr, nächsten Monat, nächste Woche einfach geschlossen wird? Wenn es doch erfolgreiche Spiele macht, klar, jetzt kein AAA weiß ich nicht was verkauft wie FIFA oder Call of Duty oder sowas, aber trotzdem noch in seinem Rahmen ein super Studio ist mit super Produkten. Was soll es noch tun, damit es sicher ist, dass seine Entwickler und seine Mitarbeiter nicht plötzlich vor der Tür stehen? Das heißt, die Milliardäre oder Millionäre oben an der Spitze machen Fehlentscheidungen und baden das dann und lassen das dann die Firmen ausbaden, die sogar gute Arbeit leisten. Und auch wenn ich mich da wie eine gesprungene Schlüssel anhöre, weil ich es im letzten Video schon erwähnt habe, diese Firma denkt da auch wieder nicht langfristig. Wobei ich denke, dass Microsoft sich das mehr erlauben kann, nochmal als jetzt zum Beispiel EA im letzten Video. Schaut es euch gerne an. Das ist schon klar, aber ganz ehrlich, wenn ich doch solche kleinen Studios nicht mal irgendwie fördere, irgendwie aufbaue und weiter deren kreatives Potenzial ausnutze, wie jetzt halt bei Tango, dann kann ich doch im Endeffekt auch nicht mehr Nachschub haben. Wir sehen ja nun, dass die meisten großen Firmen einfach entweder zerstört werden, geschlossen werden oder halt Produkte liefern, die nicht mehr gut sind. Das heißt, sie brauchen Nachwuchs und sowas wie Tango, was halt erfolgreiche Spiele in seinem Genre abgeliefert hat, sollte doch dann auch wirklich weiterhin gefördert werden, was ja Microsoft auch irgendwo getan hat. Denn Tango konnte ja durch die Sicherheit von Microsoft auch weiter dieses Produkt, die HiFi Rush, jetzt auch produzieren. Nur damit, mit diesem Fakt, dass das jetzt geschlossen war, müssen sich ja alle Studios jetzt fürchten, dass sie auch abgesenzt werden. Alle. Und das ist ein unglaublich schädliches, ich will es eigentlich nicht sagen, das braucht aber schon fast toxisches, Umgebungsklima dann für eben diese Firmen. Was ist das denn für ein Arbeitsverhältnis? Das ist so, als wenn wir als Otto Normalverbraucher jeden Tag gekündigt werden könnten, aus irgendeinem Grund halt, weil unsere Chefs sich dann irgendwie verkalkuliert haben. Und jetzt gehen wir zum eigentlich vermeintlich leichteren Teil, Arkane Studios. Arkane Studios hat ganz klar einen Flop produziert, nachdem es mit Dishonored halt gut angekommen ist, war Redfall halt absolut verbuggt. Es war die Hölle pur, soweit ich das mitbekommen habe. Fand es auch echt lustig, sich einfach diesen Shitstorm wieder reinzuziehen. Aber im Endeffekt war es halt erstmal nüchtern gesehen ein geflopptes Spiel. Problem ist aber, auf der einmenschlichen Ebene kommt halt die Sache, hey, ich habe hier Tweets abgeliefert mit, hey, keine Sorge, das Studio wird nicht geschlossen. Das ist doch mein Fehler, wie wir eben gehört haben. Das Studio wird unterstützt, das Spiel wird weitergewollt. Ich wollte euch nicht enttäuschen. Und wir werden das Studio jetzt erstmal nicht schließen. Oder wir werden es erst überhaupt nicht schließen. Und ein Jahr später ist es dann doch geschlossen worden. Was natürlich schon an sich ironisch ist. Das wäre aber jetzt erstmal zu vernachlässigen, weil es ist ja eigentlich eine Business-Entscheidung. Ja, dieses Studio hat uns nichts gebracht. Es ist ganz klar fehlkauf gewesen. Okay, dann wird es halt abgesenzt. Ganz logisch. Das heißt, wenn wir den Post jetzt mal vergessen, wäre das eine logische Konsequenz. Die Sache ist allerdings, dass Arkane Studios niemals so ein Spiel wie Redfall produziert hätte. Wenn nicht Microsoft, Xbox oder von mir aus Bethesda, ich weiß nicht, wer dahinter steht, wo einer von den oberen Riegen gesagt hätte, wir brauchen jetzt ein Live-Service-Game. Wir brauchen ein AAA-Live-Service-Game. Und dieses Studio konnte dieses einfach nicht liefern, weil es keine Erfahrung damit hatte. Und weil es wahrscheinlich auch kreativ gesehen da gar nicht hin wollte. Da kommen wir jetzt wieder zum Punkt, den wir am Anfang auch genannt haben. Kreativität soll nicht eingeschränkt werden bei Arkane Studios. Sie wurde ja vorher schon eingeschränkt, weil sie ein Spiel produzieren mussten, wozu sie wahrscheinlich einfach nicht in der Lage waren und auch nicht willens waren und damit nicht die kreative Energie hatten. Das ist schon mal, was ich auch schon mal in mehreren Videos erwähnt habe. Wenn ich diese kreativen Energien von Unterhaltungsbranchen und Kulturbranchen nicht frei laufen lasse oder zumindest einfach nur fördere und dann frei laufen lasse, mit ganz wenigen Einschränkungen nur, werde ich keine guten Produkte bekommen. Von daher ist Arkane Studios da nicht komplett schuld, sondern da sind auch die oberen Riegen ganz klar mit Schuld dran. Und die sollten auch die Konsequenzen tragen, so wie es auch eigentlich der Phil gesagt hatte. Und mit dem Zitat nochmal eingeblendet, eben vom Creative Director von Arkane Studio, kann man eigentlich nur sagen, dass Microsoft sich wirklich da den Ruf ruiniert hat, beziehungsweise Xbox Studios, die Microsoft gehören. Und das ist schon krass, denn ich muss sagen, als ich gehört habe, dass Bethesda und Blizzard kauft werden würden, war ich irgendwie schon ein bisschen froh, denn ich habe Microsoft, auch wenn sie blöd anklingt, natürlich gerade im Nachhinein, aber schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass man da wieder ein bisschen mehr Spur reinbringt, ein bisschen mehr Ordnung reinbringt. Aber damit haben sie natürlich im ganzen weiten Internet wirklich ihren Ruf zerstört. Und man sieht das eben auch an den Reaktionen. Und das ist schon krass. Und gerade wenn man es im Hinblick all dieser ganzen anderen Studios, Embracer und auch Ubisoft ja wieder und so weiter halt sieht, dass diese ganze Streak von Studioschließungen, dieses ja Inhalieren von verschiedenen Firmen halt immer weitergeht. Und entgegen des Statements, das wir hier sehen, scheint es einfach nicht möglich zu sein, für diese Unternehmen, wirklich für ihre Künstler da zu sein, sich um sie zu kümmern und ihnen eben zu helfen, einen Mehrwert zu schaffen in dieser Industrie. Naja, ihr könnt mir mal eure Meinung sagen, was ihr jetzt von der ganzen Situation haltet. Und danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, was ihr sonst zu tun habt. Lasst mir immer allen Senf da. Bis dann.